Hallo und herzlich willkommen zum neuen Video. Ihr seht, ich bin wieder auf Van-Tour und daher nehme ich euch in diesem Video mit in die Sächsische Schweiz. Ja, die Sächsische Schweiz ist so eine kleine Heimat von mir. Seitdem ich Kind bin, bin ich eigentlich immer herren Tag hier. Es gab noch ein paar Ausnahmen, aber ich war immer mit meinen Eltern hier. Etwas später bin ich dann in einen Sportverein eingetreten und war hier immer klettern mit meinen Kletterfreunden, im Klettergebiet umraten. Und ja, so war ich viele, viele Jahre hier in der Sächsischen Schweiz und kenne mich recht gut aus. Den Malerweg habe ich auch schon erkundet. Bin jetzt noch nicht ganz fertig mit allen Etappen, aber nach und nach kommen alle zusammen. Ihr könnt ja mal in meinen Videos stöbern. Da sind schon einige Etappen vom Malerweg auf meinem Kanal zu sehen. Ja, jedenfalls freue ich mich wahnsinnig, dass ihr wieder dabei seid. Bleibt dran, gebt einen Daumen hoch, wenn es euch gefällt. Abo dalassen, wenn ihr noch kein Abo da gelassen habt. Und dann lasst uns mit dem Video starten. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Wir sind angekommen. Hier steht Wenner und hier ist der Lirienstein. Den seht ihr nicht, weil die Wolken zu tief hängen. Und wir müssen hier erstmal am Parkautomaten ein Parkticket holen. Und dann gehen wir jetzt noch abends eine Runde zum Pfaffenstein. Wir halten sich hier in Grenzen. Tageskarte kostet 5 Euro, eine Stunde 1 Euro und bis 20 Uhr muss man bezahlen. Ich wollte euch nochmal den Stellplatz zeigen. Das ist eigentlich so einer meiner Lieblingsstellplätze hier. Hier kann man sich auch hinsetzen und frühstücken gleich. Hier steht Wenner und für 5 Euro am Tag finde ich ist es okay. Und man hat hier gleich, da sieht man es schon ein kleines bisschen, den Pfaffenstein zum Wandern 20 Minuten vielleicht. Also für mich perfekt das Einzige, was so ein kleiner Minuspunkt ist, ist, hier sind mobile Daten fast null. Ich bin heute mal mit meinen Doggars unterwegs. Sieht ein bisschen lustig aus. Aber alle meine Wanderschuhe sind momentan wasserdurchlässig. Das heißt, ich müsste die mal wieder imprägnieren. Aber ich finde so Wanderschuhe für über 200 Euro, die sollten schon gut Wasser aushalten. Ihr denn so für Wanderschuhe? Sind die gut wasserdurchlässig oder sind die wasserdicht? So eine kleine Tafel und hier ist die Draubsicht von oben auf den Pfaffenstein. Es gibt hier 39 Gipfel und ungefähr 1000 unterschiedliche Kletterstellen. Und man kann sogar Boven an zweigenehmigten Stellen. Steht hier. Kennt ihr Boven? Das ist so unterm Felsen übernachten. Ansonsten ist es nur in Gebäuden, in festen Gebäuden erlaubt. Hier ist jetzt der Lastenaufzug für die Gaststätte, die sich dort oben befindet. Können die natürlich nicht alles hochtragen. Und hier diese Markierungen markieren Kletterwege. Das heißt, das ist nicht für Wanderer geeignet, sondern nur für Bergsteiger. Das sind die Zugänge zu den Kletterfelsen. Hört ihr das Brummen? Jetzt ist es aus. Hat vielleicht mit diesem Lastenaufzug zu tun? Und es gibt sogar Falten hier. Dort hinter mir seht ihr Pfaffendorf. Pfaffendorf ist ein Ortsteil von Königstein. Zeit, heißt es Allan. Spannende Musik. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Wie süß sie da wartet. Kennt sie schon. Wenn ich klettere, muss sie warten. Ach, es ist so schön hier abends im Minivan zu liegen. Bitte nicht auf den Abwasch achten. Das mache ich morgen früh. Ich habe jetzt keine Lust mehr. Es ist so schön gemütlich. Und jetzt ist es inzwischen auch nicht mehr so kalt wie sonst. Abends liege ich meistens hier und arbeite noch ein bisschen. Schneide ein Video oder schreibe einen Blogbeitrag. Und beantworte Kommentare auf Instagram. Ja, dazu nutze ich die Abende immer. Dann wird es mir auch nicht langweilig alleine. Heute bin ich aber eher mit der Streckenplanung beschäftigt. Morgen will ich den Jelenstein erkunden. Und ich glaube nicht, dass ich dafür den ganzen Tag brauche. Wenn nicht, könnte ich noch in der Nähe eine kleine Wanderung unternehmen. Und dann bin ich ja auch noch nicht den ganzen Malerweg abgelaufen. Da fehlen mir noch drei oder vier Etappen. Und da könnte ich auch noch ein kleines Stück von laufen jetzt die Tage. Zum Beispiel von Schmilka bin ich noch nicht weitergekommen. Das ist jetzt auch noch mein Plan.